Der Willi und die dicke Tante, ne? Der Willi und die dicke Tante, ne? Ja? Alles gut mit euch beiden? So, dicke Tante, wollen wir mal da reingucken? Wollen wir mal da reingucken bei dir? Dicke Tante, was da ist? Können wir da was sehen? Nehmen wir da auf, fünf oder sechs Köpfe? Eins, zwei, drei, vier, fünf oder sechs? Fünf, ne? Auch fünf Köpfe von der dicken Tante, ne? Da. So, dann kann die dicke Tante wiederkommen, ne? Wo ist die dicke Tante? Da. Da ist die dicke Tante, ne? Alles gut? Komm her. Spinner. Du Spinner, ne? Hallo. Was ist los? Huh? Dicke Tante, du, hm? Hallo. Hallo. Du alter Spinner-Sach, ne? Brauchst immer ein paar Anläufe, ne? Dicke Tante? Ja? Ja? Brauchst du immer ein paar Anläufe, bis du zu mir kommst, ne? Alles gut? Hast du deine Nistkatzen sauber gemacht, ne? Dicke Tante? So? Hast du deine Nistkatzen sauber gemacht? Siehst du ein bisschen schmutzig aus, ne? So? Siehst du ein bisschen schmutzig aus, ne? Wieder rein bei dir? Ja? So? So? Vielen Dank.